Der Springpferde Zucht hier in diesem Hengstvaterverein angepaart an die El Coriana. Außer dem Holsteiner Verband kommt hier unsere Katalog Nummer 7 zu uns aus der Zucht, der Zuchtgemeinschaft Verhaag aus Neuendorf, die uns hier diese Perle mitgebracht hat. Ein Hengstvollen vom 11.05. Mutter selbst, Staatsbremenstute, brachte jetzt erst eine Top-Nachkommen in Anpaarung mit Cardento, ein Kadenta, Staatsbremenstute, Leistungsprüfung mit 9,1 absolviert, 9,5 alleine für das Springen. Urgroßmutter selbst in der mittelschweren Klasse, hocherfolgreich. Und dann aus der Urgroßmutter, aus der Dimona kennen wir Calore van der Hel und der Konstantin van Perschen, hocherfolgreich im Sport, der Sohn des Casals Calore van der Hel. Und hier am Start haben Sie gesehen aus diesem direkten Mutterstamm, Picœur Dulon, Markus Brinkmann, wo bist du? Hier dein Picœur Dulon, eben auch aus diesem abfallenden Stamm, aus der 18A2, aus dem eben auch hier unser Hengstvollen, unsere Katalog Nummer 7, Eagle Rock entstammt. Und dann schnell ein Startgebot von nur 6.000 Euro. Die 6.000 Euro rufe ich in die Bahn und die 6.000 Euro. Eagle Rock, der Sohn des LB, Igelei, Ökonom von der Linde. Chinchamp, Coriano, Lord, 6.000 Euro. Wer macht Sie die Freude? Startgebot 6.000, 6.000, Dankeschön. 6.000 sind gehalten, Dankeschön, 6.000 sind gehalten. Und die 6.000 Euro, und die 6.000 Euro sind dort links gehalten. Und 6.000 Euro, und 6.000 Euro, und 7.000, Dankeschön, 7.000, 7.000 Euro, 7.000 hier vorne. Können wir nochmal, 8.000, Dankeschön, 8.000, 8.000 und 9.000 und 9.000 habe ich in der ersten Reihe, der Herr in Rot, 9.000 Euro zum ersten und 9.000 Euro zum zweiten. Und 9.000 Euro, 10.000 Euro, Dankeschön, 10.000 Euro und 10.000 Euro hier geradeaus, 10.000 ganz rechts, 11.000 hier vorne und 11.000 habe ich ganz links, 11.000 habe ich dort links und 11.000 Euro und 11.000 Euro zum ersten und 11.000 Euro zum zweiten. 11.000, 11.500, 11.500, 11.500, 11.500 und können wir nochmal, 11.500 und da kommt der in Top-Hände, in Top-Hände, 11.500 Euro und 11.500 Euro, der Herr in Rot noch einmal, 11.500 Euro habe ich dort hinten, 11.500 Euro zum ersten, 12.000 Euro, 12.000 der Herr in Rot und 12.000 Euro und 12.000 Euro zum ersten und 12.000 Euro zum zweiten und 12.000 Euro. Und 12.000 Euro zum ersten und 12.000 der Herr in Rot hält, können wir da hinten nochmal? 12.500, Dankeschön. Es war nicht die Frage des Können, sondern des Wollen, sich entschuldige mich. 12.500 habe ich dort hinten, 12.500 habe ich dort hinten und 12.500 Euro und 12.500 Euro zum ersten und 12.500 Euro zum zweiten und 12.500 Euro, er legt auf. Und 12.500 Euro zum ersten und 12.500 Euro zum zweiten und 12.500 Euro zum ersten, zum zweiten und zum, keiner besser. Vor dem Zuschlag möchte ich vom Käufer, vor dem Zuschlag möchte ich vom Käufer kein Versprechen, aber eine Bitte, wenn ich schon einmal ein Fohlen in diese Meisterhände zuschlagen darf, einmal unterm Sattel hier nochmal zu sehen. Nicht mehr selber. 12.500 Euro zum ersten, zum zweiten und zum, keiner besser, 12.500 Euro zum ersten, zum zweiten und zum dritten, ab ins Hause von Ludger Bärbaum. Herzlichen Glückwunsch, Dankeschön, Madeleine Winterschulze, Sie umarmen sich. Und dass er hier in der Öffentlichkeit natürlich die Zusage nicht treffen möchte, in acht Jahren hier noch über die Youngster.